Ich denke mal, bei den Dingern ist sie noch komplett sinnlos eigentlich, oder? Bloß, dass du ab und zu mal sie hast, die wo dann rauskommt, um das Zeug wegzubrennen. Geh doch auf den anderen, da. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Hilfe! Alter, war der Nerv, wie es geht noch. Perisch in peace. Oh! 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 Ich denke, ich bin nicht so weit. Und ich bin nur drin, Almeister. Also, wenn ich mich nicht, nur bleibet. Da muss ich dann wahrscheinlich öffnen, oder? Gehen wir doch noch mal nach? Ne, gehen wir mal nach. Wenn wir schon da sind, gehen wir noch mal nach. Ach, geht da was? Das war doch, glaube ich... Okay. 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 Vielleicht hätte ich jetzt nur den Eisbezieher ausgenommen. Alter, wo kam der? Ich dachte, wir haben alle gekillt. Okay. Ich werde da stehen. Ich dachte, eine Nervensehung. Zurück zum Gehirn! Ha! Und wenn wir jetzt alle Elemente hatten, wo man so klingen kann, ist das auf jeden Fall angenehmer. Die Übersicht geht bloß schnell für den Arsch. Hä? Da oben geht's noch. Da oben geht's noch. Dann geht's da hoch. Aber links geht's doch nicht weiter. Da oben scheint es weiter zu gehen, aber wie komme ich da hoch? Oh, Alter! Da! Wirklich! Das ist euer Scheißernst. Wie wär's, wenn das noch mehr versteckt? Das macht halt doch ein Blatt drüber oder irgend so was oder ein Busch. Das ist ja hell, kann doch nicht sein. Und welche Gegner kommen? 3, 2, 1, meins? Du bist alle purifiert. Ihr eigenes Gehirn. 24, 2, 1. 5, 5, 3, 2 MM- pregunta. 1, ein Gehirn. 5, 3, Über viel gib! 5, 2. 6, Gehirn. 5, 3, 2 Ich bin, dass ich da war. Ich bin, dass ich da war. Sing, in calm, oh, defiant soul. Ich kann es helfen. Tschüss, defiant soul. Tschüss, defiant soul. Was für ein Fuss. Du bist für die Gottes. Komm vor. Bring mir die Vigilheit. Höh? Achso, die können, naja stimmt, die können einfach suchen, dass das geglockt ist. Ich habe getan, wie ich da war. Bleib vigilant. Wenn ich jemanden anscheißen wollte, konnte ich beweisen sein, nichts zu tun hatte. Ich kann mir schon vorstellen, wie es da anders fließt, alter. Einspruch. Ich bin immer gut im Rausreden. Wobei es meistens eh nichts Schlimmes ist, was sich anstellt. Verdammt mit Untoten, wie viel man auch noch ausschaut. Es kommen ständig weitere. Das sagen sie alle, egal in welchem Spiel. Es sind immer zu viele Untote, obwohl es zu viel M-Munition ist. Was machen wir eigentlich, wir metzeln uns eigentlich nur noch durch irgendwie. Es passiert eigentlich nichts mehr. Außer das mit dem einen Fuzi vor. Wir behaupten, dass ein gewaltiger Fluss durch Niflheim fließt. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Es gab einen Fluss, aber er wurde im Asgarischen Krieg zerstört. Ich könnte mir ins Menü gehen und mal wieder meine Walküre aufm botzen. Magieangriff plus 25. Alles klar, nehmen wir mit. Was ist das eigentlich? Lebt fest, welche einen hier automatisch gerufen werden und Kettenangriffe. Ist das Grani? Äh? Keine Ahnung. Ist das schon eigentlich 50? Nicht genug Materialien. Ein schwarzes Juwel fürs nächste. Dann könnte ich eh bloß nur das freischauen. Gewusst wie und all glatt muss man sein. Ich wäre eh großartig ab. Ich finde es aber cool, wenn du die Abwehrdinger magst und eigentlich nichts damit anfangen kannst, weil du die innen nützt. Achso, das ist schon. Hä? Hallo, hallo, ich will das freischalten? Achso, hier stimmt. Da oben gibt es auch nur KP, ne? Hä? Ne. Mit Fähigkeitsstufe F freischalten. Achso. Da oder was? Ne. Da fehlen uns die silben Juwelen. Kann ich jetzt dann hier irgendwas freischauen? Da denke ich einfach, das ist unser Clemens runter. 8pl. Oder was was das? Oh nein. Bringing mich vor international mommy hindern und freischioskiss Thinking? Ja, selber pummel sie auch jetzt mit dir das deleted. Ich würde am Meer rendre. achso ich muss die da nach und nach machen oder was dann kann ich die auch freischalten bei längeren mit fähigkeitsstufe f freischalten können die da irgendwie zusammen keine ahnung was hier abgeht wir machen einfach weiter let's go nein, gehst du so 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 Das war's für heute. Ich glaube die Typen die Nerven rein. Richtig hart. Warte mal, kann ich das mit meinen? Ne, die heißen aber auch nicht so. Okay. Wow. Eis? Echt? Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Dann schön dass du kurz da gekriegt ne. Oh, was gibt es da schon wieder? Warum hast du die alte Blitz? Man, er kennt mich, dass auch sie nicht mehr mehr. Was passiert? Wo kommt der andere jetzt her? Alter, was ist das für ein Angriff gewesen? Was passiert? Was passiert? Was passiert? Ich habe keine Frage, von der Stuttgart. Ich habe keine Ahnung, von der Stuttgart. Das hört ja hier gar nicht mehr aus, Alter. Das hört ja hier gar nicht mehr aus, Alter. Das hört ja hier gar nicht mehr aus, Alter. Das hört ja hier gar nicht mehr aus, Alter. Das hört ja hier gar nicht mehr aus, Alter. Das hört ja hier gar nicht mehr aus, Alter. Das hört ja hier gar nicht mehr aus, Alter. Das hört ja hier gar nicht mehr aus. Das hört ja hier gar nicht mehr aus. Das hört ja 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 gar nicht mehr aus. Alter, aber ich war so im Arsch, ey. Ich war so kaputt. Weil ich hab ja jetzt Urlaub gehabt eine Woche. Aber dann früsch ich gleich. Das heißt, um halb sechs in der Arbeit. Das heißt, um halb sechs muss ich in der Arbeit sein. Alter, und wenn du gewöhnt bist, eine Woche lang fast jeden Tag bloß bis drei Uhr nachts wach zu sein. Alter, ich war die ganze Zeit, ich war die ganze Nacht nur wach. Ich bin erst recht absichtlich schon erst um zwölf ins Bett und dann die ganze Nacht eigentlich bloß rumgewälzt. Alter, ich war so fertig einfach dann. In der Arbeit ging's dann, Gott sei Dank. Gegner? Nein. Aber wie ich dann heimgekommen bin, boah. Ich bin dann heim, erst mal zwei Stunden schlafen, ich war sofort weg nach zehn Minuten oder so. Ich war ja, das Lustige war ja, ich war ja sonntagabends, wo ich streamed hab, war ich ja sogar da schon irgendwie müde. Was ist das? Hä? Oh, da ist die schwarze Valkyra. Warum sollte ich überhaupt da reingehen? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich war nur, um da rein zu gehen, um dann wieder umzudrehen, um zu sehen, oh, da steht die, Alter. Ich war ja, wo ich die drei Stunden gestreamt hab, Alter, war ich dann auch schon gemeint, oh, ich werd müde. Oh, das ist sehr gutes Zeichen, dann kann ich dann später auf jeden Fall früher ins Bett gehen. Ja, eine Stunde nachdem ich dann aufs Knoll habe zu streamen, war ich dann wieder voll wach. Das war so plus und down. I'm afraid the gift is no longer here. Hilde, how many times must you hinder us? This will be the last. What do you mean? I am done with your idiocy. Your faith in Odin. Your obedience to his will. All of it. No more of your discourses, then. No more. Prepare to meet your end. Naja, wenn's da dann besser geht. Was macht die da? Wow. Wow. Oh. Wow. 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 Äh, ja, klar. Was wird, dass jetzt fertig ist? Deine scheiß Doppelgänger. Was ist das, was wir? Naja, Herr Sack. Mössens, ich war es. Ich hatte die Wurzeln. Was ist das? Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh! Das war's für heute. Was war denn das jetzt? Ey, wie soll man genau in dem Moment weggehen, Alter? Dämliche Bitch, ey. Was war's für heute? Ey, Alter! Jedes Mal, wenn ich diese Attacke starte, Alter! Ja, aber Hauptsache, sie kann ablocken, Alter, während ich nicht ablocken kann und sie es einfach durchbrechen kann, das dumme Mist schrückt. Ja, schau doch die Scheiße mal an jetzt da, ey! Hä? Wie hab ich sie jetzt besiegt? Fuck da, ey! Aber warum? Warum ob Sie die Angelegenheiten von Odin, wenn Sie sicherlich haben so viel Macht? Warum? Warum fragen Sie so eine sinnvolle Frage? Wir, Valkyrie, existieren, ja... Also, Sie haben noch nicht die Sinnvolle Idee, von Odin zu holen, für alle diese Säulen zu holen? Was ist das jetzt so? Was ist das jetzt so? Ist sie jetzt geplatzt? Wir haben noch nicht gebrochen. Wir haben noch nicht gebrochen. Und wenn Hilde ist zu glauben, dann würde es sich zwei Gäste haben jetzt fallen. Wir wissen nicht, wie sie ist, doch. Ich meine, sie hat auch gesagt, Valkyrie war gefährlich und versucht zu töten sie. Es ist ein Tag für uns alle. Vielleicht sollten wir in Asgard suchen. Gut. Wir müssen ein Plan haben, wenn wir so einen schweren Gegenteil haben. Du bist ziemlich pale, Valkyrie. Vielleicht sollten wir ein bisschen, nachdem wir nach Asgard zurückkommen. Mein Report zu Odin ist wichtig, über irgendwelche Fragen. Komm schon. Weißt du, das ist immer so ein Schwachsinn, Alter. Du weißt immer noch nicht, warum er wirklich das Zeug sammelt. Ja, dann sag's halt, Alter. Was soll denn das jedes Mal? Oh, du bist dumm. Du weißt nicht, was er tut. Ja, dann sag's mir doch, ne. Fünf Kämpfe später. Ne, ich sag's dir immer noch nicht, weil du es immer noch nicht weißt. Guten Abend, Tina. Siehst du, ich bin Bernhard Blasen auf dem Bus. Metamorphose und Zweifel. Und so, da waren wir jetzt mal. Und so, das war wirklich das Zeug. Und so, wenn wir uns von uns sehen. Wir lassen uns besser, wenn man Leute seinёte, Nögen, bei der Bühne ist äußert. Untertitelung des ZDF, 2020